Hallo liebe Nadja, hallo liebe Fabian. Da ich ja leider leider heute nicht live bei euch sein kann, wenigstens auf diese Weise ein kleines bisschen. Ein herzliches Hallo auch an den Rest vom Fest. Schön, dass ihr diesen Ehrentag heute mit den beiden zusammen feiern könnt. Die Nadja, die war ja neulich hier bei mir in Südafrika und dann haben wir so nochmal so zurück überlegt, haben festgestellt, Nadja und ich kennen uns unser ganzes Leben lang und der Fabian und ich kennen uns unser halbes Leben und was ich das Spannendste an der Sache finde, ihr beide seid euer halbes Leben lang schon zusammen und entscheidet euch heute dafür, für den Rest eures Lebens zusammen sein zu wollen. Also diesen Schritt finde ich mutig, finde ich aufregend und absolut angebracht und deswegen lasst die Sau raus, feiert schön. Ich wollte natürlich euch auch einen kleinen Gruß überbringen, da aber die südafrikanische Post so lange braucht, wie eine Flaschenpost brauchen würde, habe ich mir gedacht, schicke ich euch doch einfach gleich eine Flaschenpost. Darin sind alle Wünsche enthalten, die ich euch so mitgeben will, für den Rest eures Lebens und das Schöne ist, ihr habt jetzt den ganzen Rest eures Lebens lang Zeit auf diese Flaschenpost dann zu warten. Los geht's! Let's grow together, heal together, find true strength from one another. Smiles be merry, tears are few. May all your dreams come back to you. It's a brand new day, a brand new way. I sing like a bird, brother, fly away. Up above the mountains, up through the skies. My dreams last forever. Oh, oh! Oh,ractiv. Bambumbu, Bambumbu- alguien, But palabras la UOUDE-NIA, Bambumbu, Bambumbu- Amen. 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 Amen.